Müllheim ist eine Stadt im Maggräflerland im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg. Der Name der Stadt leitet sich vom althochdeutschen Mullenheimow ab. Er hat seinen Ursprung in der Vielzahl von Mühlen, die sich einst entlang des Klembachs befanden. Im Landesentwicklungsplan wird die Stadt als Mittelzentrum ausgewiesen. Geografie Die Stadt liegt zwischen Freiburg und Basel im Zentrum des Maggräflerlandes in der westlichen Vorbergzone des Oberrheingrabens am Südschwarzwald. Einer Landschaft, die bereits zu römischer Zeit kultiviert wurde. Ihre Ansiedlung erfolgte am Ufer des Klembaches kurz nach dem Übergang des Klembach bzw. Weilertals in die Rhein-Ebene unterhalb des Blauen Massivs. Nachbargemeinden von Müllheim sind Bogingen im Norden, Sulzburg und Münstertal, Schwarzwald im Nordosten, Baden-Weiler, kleines Wiesental und Malzburg-Marzell im Südosten, Schliegen im Süden, Augen im Südwesten sowie Neunburg am Rhein im Westen. Das Stadtgebiet dient sich in Ost-West-Richtung auf 15 Kilometer aus. Von Norden nach Süden sind es 10 Kilometer. Der am niedrigsten gelegene Teil der Gemarkung befindet sich bei 230 Meter Höhe über NN an der westlichen Gemarkungsgrenze in Richtung der Nachbarstadt. Neunburg am Rhein in der Rhein-Ebene. Der höchste Teil liegt mit 1224 Metern über NN an der Sirlnitz an der östlichen Gemarkungsgrenze im südlichen Schwarzwald. Die Fläche der Gemeinde beträgt 57,90 Quadratkilometer. Davon sind 16 Quadratkilometer Wald und ca. 5 Quadratkilometer Reben. Der Rest setzt sich aus Wiesenflächen, Obstanlagen, Feldern und Äckern, Industrie- und Gewerbegebieten sowie Wohnflächen zusammen. Zu Müllheim als Kernstadt gehört der Kernort Müllheim, die Stadt Müllheim, das Gehöft unter den Matten und die Wohnplätze Bahnstation Müllheim, Sirlnitz und Ziegelhütte sowie das abgegangene Schloss Rosenburg. Die südlich der K4 946 gegenüber Müllheims Gewerbegebiet westlich B3 zwischen Müllheim und Neunburg gelegene Richtberg-Siedlung befindet sich auf augener Gemarkung. Als Ortschaften im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung mit jeweils eigenem Ortschaftsrat und Ortsvorstand gehören zur Stadt Müllheim, die im Zuge der Gebietsreform in Baden-Württemberg der 1970er Jahre bis dato Selbstständigen, dabei eingemeindeten Teilorte Britzingen mit den Orten Datingen und Zunzingen inklusive der abgegangenen Ortschaften Höfen und Höhingen sowie dem Ort Mogat, außerdem der Weiler Gütigheim sowie oberhalb Britzingens die abgegangene Burg Neuenfels, das Dorf Feldberg und die Weiler Gennenbach und Rheintal, die Gemeinde Hügelheim mit dem Wohnplatz Bahnstation Hügelheim, außerdem hier das abgegangene Wasserschloss mit Gutsbetrieb Mattenburg sowie Niederweiler, Die Gemeinde Vögesheim ist ein Teilort mit einem Ortsbeauftragten. Das im Klembachtall oberhalb Niederweiler gelegene Dorf Oberweiler wurde im Zuge der Gemeindereform der Gemeinde Badenweiler zugeschlagen. Zum 1. Januar 1974 wurde die ehemals selbstständige Gemeinde Britzingen zusammen mit ihren Ortsteilen Datingen, Mogat und Götigheim eingemeindet. Das Dorf Datingen war bereits 1971 nach Britzingen eingemeindet worden. Die älteste bekannte schriftliche Erwähnung Britzingens erfolgte im Jahr 773 als Britzingheim in einer Urkunde des Lorscher Kodex über eine Schenkung, eines Hubert und seiner Söhne Hartulf und Regenhardt an das Kloster Lorsch. 1972 wurde die Obst- und Weinbaugemeinde Feldberg am Fuß des Blauen erstmals 774 urkundlich erwähnt, mit ihren Ortsteilen Gähnenbach und Rheintal nach Müllheim eingemeindet. In Rheintal hatte sich bis ungefähr 1260 ein Zisterzienser-Innenkloster befunden, das danach nach Müllheim verlegt worden war. Im 15. Jahrhundert wurde aus dem verlegten Frauenkloster ein Zisterzienser-Priorat, das bis zu seiner Auflösung 1544 Bestand hatte. Seit 1974 ist die Wein- und Ackerbaugemeinde Hügelheim am Übergang von der Rhein-Nebene zur Vorbergzone ein Teilhurt von Müllheim. Er wird in Süd-Nordrichtung von der Bundesstraße 3 durchschnitten. Die 1133 zum ersten Mal urkundlich erwähnte evangelische Katharine-Kirche ist im Kern eine der ältesten Kirchen des Markgräfler-Landes. Der noch erhaltene romanische Chorturm entstand zwischen 1150 und 1200. Durch Ausweisung, Erschließung und Bebauung größerer Neubaugebiete konnte das Dorf in den vergangenen Jahrzehnten über durchschnittliche Einwohner zu Wechsel verzeichnen. Im Januar 2011 belief sich die Einwohnerzahl auf 1460. Hauptartikel Vögesheim mit Datum 1 Januar 1970 war die Gemeinde Vögesheim die erste, welche nach Müllheim eingemeindet wurde. Vögesheim war früher vom Rheintalbach geteilt. Innerhalb des Dorfes vereinigt er sich mit dem Zitzinger-Mattbach, ab dort heißt er Neumattbach. Die Nordostseite des Bachufers gehörte zur Herrschaft Badenweiler, die südliche zur Herrschaft Sausenberg-Rütteln. Der Bach ist heute fast komplett verdollt, er ist nur noch in der Neumatt und hinter dem Feuerwehrhaus sichtbar. Vögesheim wurde das erste Mal im Jahr 1395 urkundlich erwähnt. Älteres Brauchtum wird hier heute noch in Form Z. B. des Umgangs der Figur des Sischiers oder der Ufertbrot gepflegt. 1973 wurde das kleine Winzerdorf Zunzingen 799 erstmals erwähnt, ebenfalls durch eine Gemeindung Teilur der Stadt Müllheim. Noch heute wird in Zunzingen eine Vielzahl von Bräuchen gepflegt. So feiert man am Anfang jedes neuen Jahres das Scheibenfeuer. Hierbei errichtet man mehrere große Holzstöße, welche am Abend entzündet werden. Über Holzrampen schießt man mithilfe eines stocks glühende Holzscheiben in die Landschaft. Diese Tradition soll wie der Karneval den Winter vertreiben. Müllheim liegt im Osten mit einem Teil im Schwarzwald, welcher den Rest eines alten Grundgebirges mit einem Gneissockel und Granitanteilen bildet. Nach Westen geht die Gemarkung in ein Hügelgelände mit fruchtbarem lösshaltigem Boden über. Die niedriger gelegenen Teile der Stadt liegen in der Rheinebene. Dort ist der Boden ebenfalls lösshaltig und wird weiter zum Rhein hin sand- und kieshaltiger. Geologisch ist dies der Überbleibsel eines Grabenbruchs und eines Schwemmlösgebiets eines Flusstals. Durch die geologische Aktivität bei der Entstehung des Grabenbruchs im oberen Rheintal und die damit verbundene im Boden noch vorhandene geothämische Aktivität sind im Markgräfler Land mehrere Thermalquellen erschlossen. Darunter die, welche das Müllheimer öffentliche Freibad speist, der Warmbach. Müllheim liegt klimatisch günstig im Markgräfler Land mit immer wieder warmen Luftströmungen aus dem Südwesten. Es ist gegen Osten durch den Schwarzwald abgeschirmt vom kälteren Kontinentalklima. Das milde Klima erlaubt unter anderem den Anbau von Rebsorten wie Guthedel und Burgunder.